So, heute haben wir eine weitere Runde für euch, für den Oberkörper, nicht mal was für die Schultern. Dafür machen wir eine Form der Liegestütze. Startposition ist der nach unten schauende Hund. Viele kennen das aus dem Yoga. Einmal in die Position einnehmen. Hände ein bisschen breiter als schulterbreit. Abstützen genau das Gesäß möglichst weit nach oben. Beine gerade, Oberkörper schön auf Spannung und auch gerade halten. Und dann schiebt ihr euren Kopf Richtung Boden runter. Ellbogen möglichst weit nach außen. Und dann habt ihr eine super Liegestützübung, die hauptsächlich auf die Schultern geht. Schaut auf, dass ihr dann hier so nach Lieblichkeit 15 bis 20 Wiederholungen macht. Das Ganze dann ungefähr dreimal wiederholen. Mit einer kurzen Pause dazwischen. Und dann ist eure Schulterübung schon fertig. Viel Spaß damit!